So, das bin ich. Ich bin nicht verbunden mit einem Computer oder sowas. Ich habe das nur mit meinem Telefon hier. Da gibt es auch einen Delay. Und du kannst praktisch live vor Ort brauchst du nur dein Telefon. Du kannst etwas broadcasten. Das ist eigentlich ganz geil. Weil schon mal vorher brauchst du irgendeine fette TV-Kamera und ein Tisch und sowas. Aber jetzt kannst du nur per Telefon und Software. Und das hat große Implikationen für was passiert. Weil alles ist im Sohn. Das ist Kasse im Sohn. Bisschen Delay. Und was auch cool ist, die Leute schreiben. Die können direkt schreiben. Zum Beispiel jemand hat einen Kommentar geschrieben. Das ist einfach ein kleines Ernst. Das ist richtig. Wie gibt es die ganze Internet? Das ist ein kleines Ernst aus. Das ist das ein kleines Geräusch. Vielen Dank.